Leute! Ich hab sie, ich hab sie. Ja, sag mal. Stelle, Jugendgobachtswahl. Die Ergebnisse. Mit 88,456% wurde gewählt Susi Hengel. Mit 88,533% Anja Scharrell. 88,60% Florian Tasse. Und 90,88% Markus Knud. Knud. 96,666% Kaja Flimmer. Aber 99,999% Ritter Schwenk. Und, 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 und. Und einer noch. Wer geht denn noch? Martin Leon weich, ich ein Verrachtesstelle! So! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, 80 Grad. Und dann kältefrei ab 17,5 Grad. Aber dann muss die psychologische Betreuung auch noch rein. Vor allen Dingen bei Matheklaut. Ja, und dann können wir auch die O-O-Le-Bedienung bei Hansel Müller-Heinz hören. Und ich bin für sexuelle Betreuung und Freistunde. Ja, 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 ja. Das geht nicht. Das geht nicht.